Es ist Sonnabend, der 12. Februar 2022. Die Paarung der punktgleichen Teams des Tabellenvierten unseres HSV gegen den ersten Fußballklub Heidenheim. Recht herzlich willkommen hier im HSV NET Radio, präsentiert von der Telekom. Jetzt der HSV wieder mit der Möglichkeit, guter Pass von Glatze in die Schnittstelle auf Jatta, Schuss von Adi Du. Super gespielt vom HSV. Ausgangspunkt war Glatze und dann geht es ganz schnell. Und am Ende kann Müller gegen Adi Du halten, aber nicht mehr gegen Sonny Kittel. Jetzt der HSV schon wieder mit Bakkeriata gegen zwei Heidenheimer über den rechten Flügel. Lieber läuft da einfach, Bakker mit super Tempo. Es muss ein Meter geben und gibt es da auch. Dinger zeigt auf den Punkt. Bakker ist einfach zu schnell für die alle hier. Da sehen Sie nur seine Rücklichter. 77. Spielminute der HSV mit dem Elfmeter. Da steht Sonny Kittel. Der hat gerade sein 25. Zweitligator für den HSV gemacht. Damit ist er der beste Schütze, den wir haben und möchte gerne den 26. hinterherlegen. Nur drei Schritte Anlauf. Hat in dieser Saison alles schon drin gehabt. Fehlschuss in Köln im Pokal. Chip Dinger, die uns hier in den Wahnsinn getrieben haben. Was macht er jetzt? Sonny Kittel. Kittel läuft da an, schießt. Und Tor! Und Tor! Safe! Safe! 2 zu 0 für den Hamburger Sportverein. Zweiter Treffer von Sonny Kittel in diesem Spiel. Kittel mit der rechten Innenseite. Aussicht der Schützen. Halb hoch. Rechts ins Eck. Müller hat die Ecke, aber der ist so stramm geschossen. Da kommt er nicht hin. Sehen wir auch nochmal jetzt in der Hintertorkamera. Kittel, Doppeltorschütze. Hier 2 zu 0. 64. und 78. Nach der Glatzel-Gala folgt die Kittel-Show. Kittel, Doppeltorschot.